Ich liebe ihn. Ich brauche ihn. Ich mag es, ihm zu gefallen. Schon gleich viel besser, oder? Ich finde es gut, dass er auf meine Ernährung achtet. Reicht jetzt auch langsam, oder? Wir brauchen niemand anderen und wir passen perfekt zusammen. Schatz? Ja? Wollen wir vielleicht heute Leute einladen? Nee, ich möchte heute meinen Fußball gucken. Und außerdem hatten wir letztens erst Besuch hier. Das reicht auch erstmal. Okay. Wir ergänzen uns und wir haben nie Streit. Aber ich würde das jetzt gerne weiter gucken. Ich aber nicht. Er ist großzügig und aufmerksam. Ich habe etwas Kleines für dich. Ich habe etwas Kleines für dich. Habe ich gesehen und muss sich direkt an dich denken. Ja komm, mach auf. Ist für dich. Dankeschön. Kannst du auch gerne öfter tragen. Er weiß, dass er mir vertrauen kann. Und ich weiß, dass ich ihm auch vertrauen kann. Wo warst denn du heute den ganzen Tag? Ich war bei meiner Mutter. Bei deiner Mutter? Ja. Das heißt, ich kann sie auch morgen anrufen und mal nachfragen? Ja, natürlich. Werden wir ja dann sehen, ne? Er weiß, was mir steht. Und er gibt mir gute Ratschläge. Ich fahr jetzt gleich los. Komm mal her. Willst du das wirklich anziehen? Ich habe dir doch neulich ein T-Shirt geschenkt. Zieh das doch lieber an. Ich fahr jetzt. Ja. Siehste? Geht doch. Er arbeitet so viel für unsere Zukunft. Er braucht seinen Freiraum. Und den möchte ich ihm auch geben. Ich bin weg, ne? Ich möchte alle seine Wünsche erfüllen. Leg dich doch hin jetzt. Leg dich doch hin jetzt. Ich liebe dich. Und du brauchst mich. Schon gleich viel besser. Oder?